Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute in Rheinland-Pfalz unterwegs und zwar auf der Traumschleife Hova Hochwaldschleife. Wenn ihr wissen wollt, wie dieser etwa 13 Kilometer lange Tour so ist, dann kommt mit. Eike Meuer aus dem schönen Hochwald. Eike Meuer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020